Wie geht es hier um insgesamt etwa 20.000 Euro tatsächliche Steuererleichterung für insgesamt etwa 20 Unternehmen pro Jahr? Meine Damen und Herren von der Koalition, Respekt, da haben Sie sich ja mal wieder ein ganz großes Problem an Land geangelt und eines ganz großen Problems gewidmet. Dass 20.000 Schüler noch nicht mal ihre Kosten für die Schulbeförderung bekommen, das scheint Ihnen nicht ganz so wichtig zu sein. Aber da wollen wir nicht drüber diskutieren. Der vorliegende Antrag ist jedoch nicht nur kurios, sondern leider auch absurd. Es ist nämlich einfach Unfug, wenn die CDU hier behauptet, Oktoberfest und Hansesail würden ungleich behandelt. Nein, sie werden überhaupt nicht ungleich behandelt. Wenn ein Unternehmer mit seinen Geschäftspartnern oder Mitarbeitern auf der Hansesail in ein Bierzelt oder in eines der vielen Lokale im Stadthafen oder in Warnemünde einkehrt, dann kann er diese Kosten selbstverständlich von der Steuer absetzen. Und das machen auch sehr viele. Das ist aber bei der Hansesail genauso wie auf dem Oktoberfest. Und wenn auf dem Oktoberfest dagegen ein Unternehmer mit seinen Geschäftspartnern in ein Luftschiff steigen würde, also zum Beispiel ein Zeppelin oder ein Heißluftballon, um das Oktoberfest von oben beobachten zu können, dann kann er diese Kosten ebenso wenig in seiner Steuererklärung geltend machen, wie wenn ein Unternehmer bei der Hansesail auf ein Schiff steigt. Es ist also absoluter Unfug, wenn hier behauptet wird, dass Oktoberfest und Hansesail steuerrechtlich ungleich behandelt würden. Und der Gesetzgeber hat sich dabei auch etwas gedacht. Das kann man sehr gut in dem sehr schlüssigen Urteil des Bundesfinanzhofes aus dem August 2012 nachlesen. Ich zitiere, Und genau so sollten wir es in Zukunft auch weiterhin halten. Unverhältnismäßig hohe Repräsentationskosten von Unternehmen dürfen auch weiterhin nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. An diesen ordnungspolitischen Leitsatz sollten wir uns alle halten. Im Übrigen würde die Abgrenzung zwischen abzugsfähigen Leistungen und nicht abzugsfähigen Leistungen immer mehr verwässert. Irgendwann wollen wir alle alles absetzen können. Ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung. Und jetzt will ich Ihnen einmal etwas zum Thema Gerechtigkeit sagen. Der normale Bürger kann seine Fahrkarte für den Schiffsausflug mit seiner Familie auf der Hansesail auch nicht von der Steuer absetzen. Aber der gleiche einfache Bürger soll in Zukunft nach dem vorliegenden Antrag von CDU und SPD die feuchtfröhliche Ausfahrt von Unternehmen mitbezahlen. Und im Übrigen könnten sich die meisten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern trotz steuerlicher Vergünstigung eine solche opulente Ausfahrt gar nicht leisten. Also wen unterstützen Sie hier eigentlich? Doch nur eine kleine Anzahl sehr reicher Firmen. Und da sage ich Ihnen, eine solche unverhältnismäßige Bevorteilung reicher Unternehmen auf Kosten der Steuerzahler ist mit uns nicht zu machen. Und als fadenscheiniges Argument für die Förderung einiger weniger reicher Unternehmen schiebt die Koalition auch nach allen Ernstes die Förderung von Traditionsschiffen vor. Wenn Sie, meine Damen und Herren von CDU und SPD, etwas für die Traditionsschiffe machen wollen, dann fördern Sie diese doch bitte direkt und nicht über den sehr ineffizienten Weg der steuerlichen Begünstigung von Geschäftsessen während der einmal jährlich stattfindenden Hansesail. Oder setzen Sie sich doch bitte beim Bund für die Vereinfachung der Betriebsgenehmigungen von Traditionsschiffen ein. Das Kreiswalder Traditionsschiff Lovis konnte wegen der erschwerten Genehmigung der Betriebserlaubnis ein halbes Jahr lang überhaupt keine Ausfahrten mehr unternehmen. Hier hätte ich mir die Unterstützung von SPD und CDU für die Traditionsschiffe wirklich gewünscht, aber wir haben nichts erfahren. Es ist zudem absurd, wenn sich die CDU auf den sogenannten VIP-Logen-Erlass des Bundesfinanzministeriums beruft. Hier kann man ebenfalls im Urteil des Bundesfinanzhofes, und Frau Rössler hat es schon erklärt, vom 2. August unmissverständlich nachlesen, warum dieser Erlass nicht auf die Kieler Woche und nicht auf die Hansesail anwendbar ist. Demnach erhält ein Unternehmer bei Anmietung einer VIP-Loge vom Veranstalter des sportlichen Ereignisses ein ganzes Leistungspaket, das neben dem eigentlichen Besuch zusätzliche Bestandteile wie Werbung und Bewirtung enthält. Beim VIP-Logen-Erlass im Fußball geht es also um Sponsoring aus einer Hand und nicht etwa um moderne Gastronomie-Schiffe, die davon profitieren wollen, dass unabhängig von ihrem eigenen Zutun hübsch anzusehende Traditionsschiffe im Hafen liegen. Verstehen Sie das? Diese Gastronomie-Schiffe haben nichts damit zu tun, dass sie davon profitieren, dass die Traditionsschiffe vorbeisegeln. Im Übrigen ist der Antrag so unbestimmt und unkonkret, dass man ihm eigentlich formal schon nicht zustimmen kann. Sie wissen offensichtlich selbst nicht, wie diese Lockerung der Steuergesetzgebung aussehen soll. Das hat ja eben gerade auch Ihre Finanzministerin eindrucksvoll dargelegt. Ohne eben weitere Gleichbehandlungsprobleme damit zu schaffen. Wie wollen Sie denn eigentlich sicherstellen, dass der Steuervorteil für Unternehmen nur auf Traditionsschiffen und nicht auch auf modernen Gastronomie-Schiffen gilt? Wie wollen Sie das denn abgrenzen? Wir Grüne wollen auch in Zukunft, dass unangemessen hohe Repräsentationskosten einiger weniger wohlhabender Unternehmen nicht auf die Allgemeinheit abgewälzt werden. Im Übrigen besteht auch keine neue Situation. Unternehmen konnten noch nie für solche Ausflüge ihre Kosten absetzen. Ich komme zum Ende. Das heißt, auch der Rückgang der Buchungen kann darauf schwerlich zurückgeführt werden. Ich empfehle Ihnen, diesen Antrag zurückzuziehen. Er geht nämlich von falschen Annahmen aus und liefert keine Lösungen. Wir lehnen diesen Antrag auf jeden Fall ab.